Lalalala 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 Hey da draußen Meine liebsten Freunde Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars Hier sind wir auf der Map Rustic glaube ich Und ja Der Knie soll nicht immer mehr Lass uns holen Weil ich will auch was nicht schnell in die Mitte Und Dort erwartet uns dann das Gold Und dann können wir Gleich halt Sprich dann Bögen kaufen Eisen später und dann halt Auch andere gute Sachen Okay der braucht sich schon mal wieder Machen wir das auch mal Und Knöcke Ein bisschen mehr als ein Stack Los bau doch mal Oh das Alarm Okay naja nicht so schlimm Ähm Okay da versuche ich jetzt auch mal mitzuhalten Aber wir sind auch gleich in der Mitte Aber wir sind auch gleich in der Mitte Hopp Hopp Man die sind vor Die sind gleich vor uns da Mann scheiße Nullo Action Nullo Action Okay ich hab drei Gold Zog mir alles daran Okay gut Ich hab drei Gold Wir müssen dann auch gleich mal die Mitte saven Dann Damit da nicht gleich jemand anderes herkommt Und Und ich sage ich kaufe mir erstmal ein Eisenswert Damit das Damit wir schon ein bisschen verteidigen können Und ich brauche noch Essen Essen Essen, 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 Essen Hier kann ich essen her So Zähne Wenn wir mal eine Spitzhache Zum Bett abbauen So Perfekt Dann können wir gleich mit dem Kühlkarten Ein Eisenswert Du kannst mit dem Kühlkarten Ein Eisenswert Passt Dann kann man mit dem Kühlkarten Dann kann man mit dem Kühlkarten Dann kann man mit dem Kühlkarten Okay wir haben null Rüstung Wir haben keine Rüstung Das ist schon mal schlecht Hm Aber wie geht denn das nicht? So rot versucht es auch ganz langsam mal Ich war auf 1 2 3 2 4 5 5 5 6 ich hab ihn gut da hab ich ihn wir müssen dringend ganz schnell mal hier zu bauen ok bitte nicht runterschießen wir haben die Goldbasis verloren Alter, war das knapp Digga, war das richtig knapp das war riesig knapp, Alter die anderen fressen sich dann wir legen ja ab, ey das geht gar nicht mehr die ersten paar Blöcke oder Eisenblöcke oh, Eisenblöcke aber ne wir machen aber so und dann haben wir das Bett das hat ja noch gar keine Tür das ist ein paar die 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 Hier haben wir ein bisschen Gold rein, um es hier reinzufahren. Und dann können wir hier ein bisschen ganz... Und hier können wir ein bisschen erst sein. Und da oben weiterhin so. Wir gehen einfach hin, oder? Besser, wenn wir hier nicht kennen, wir gehen. Dann gehen wir ein bisschen, dann können wir uns hier ein bisschen spielen. Dann können wir uns hierher auch Countdown und unter alwaysen wir entrer. Und dann kommen wir einfach an dieсе, weil wir dann immer noch ein bisschen, dann kommen wir uns hier, auch noch an der Anlass Kusch. Okay, gut, dann kaufen wir uns erst mal ein bisschen Rüstung. Dann brauchen wir uns auch gleich mal eine Spitzhacke, also hier sind die Spitzhacke und ich kann es eigentlich auch gleich mal losgehen. Und ab in die Mitte. Hoffentlich ist da jetzt gerade keiner. Guck, wir sind blau. Geil. Die Mitte ist schon mal safe. Okay, dann baue ich da mal den Weg ab, damit die da nicht irgendwie da hinkommen. Okay, das Gold. Und dann schnell einen Bogen kaufen. Gut, dann schnell zurück in die Base. Die Ausbildung auf den Rüstung. Das wird noch mal ge Southeast. Hier ist noch nicht mehr zu sein. Hier ist noch nicht mehr. Hier ist noch nicht mehr zu sein. Die Ausbildung auf den Kopf. Oh mein Gott. Oh, das ist kein Nassau. Ich kann mich nicht mehr so verletzen, aber nicht mehr so verletzen, sondern ich kann mich nicht mehr so verletzen, Was? Nein! Hau ab! Hau ab! Ja. Super. Warte. Ja, ich habe eine Reihe. Krass. Okay, ich kann mich um eine wohnen. Und zwei straxen, die wir haben dann. Zwei straxen, die wir haben dann. Zwei straxen, die wir haben dann. Jetzt brauchen wir noch ein Gold für den Pfeil. So, dann gehen wir mal schnell in die Mitte. Wollen wir mal hoffen, dass da keiner ist. Und dass dort ein Gold ist perfekt. Okay, gut. Ähm, es ist mal einer aus Gelb da. Den könnten wir nicht weiter schieben. Oh, Stomper. Ich hasse Stomper. So, geiler Card. Action-Maction. Wollen wir jetzt mal hoffen. Ich weiß nicht, was du willst. So. Und noch eins. Ja, ich habe ihn gekillt. Geil. Ich habe jetzt leider noch ein Goldstein drin. Ich habe jetzt leider noch ein Goldstein drin. Lop. Der wird nicht treffen. Der wird locker nicht treffen. Oh. Oh, der hat getroffen. Ja, geh zurück, wo war ich denn? Okay, ich baue mir jetzt diese Wandverkleidung. Okay, sie schießen dann schon. Und schon mal nicht so genau schön. Oh, wir haben hier den starksten Boot. Wir könnten den zweitstärksten Boot haben. Dann kommt man den runter. Okay, gut. Okay, vielleicht kommt man ja den da. Nee, schau. Ich möchte jetzt auch nicht nur noch so nah rangehen. Ich brauche wieder neue Blöcke. Okay, gut. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann bauen wir den Brum mal ordentlich, richtig ordentlich vor. Dann bringt jetzt kein Mensch mehr durch. So, das, 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 das. Jetzt wollen wir noch nicht hier runterfallen. Und das wäre richtig armisch. Oh Mann, warum treffe ich die denn nicht? Mitte, Mitte, alle in die Mitte. Ja, ich habe ihn getroffen, geil. Was, rot? Ach, rot heckt, ja. Meine ich auch. Er ist unsichtbar, der Gelbe. Ups, aber ich sehe Gommers Seite. Ach so. Ach so, ich gehe ja auch. Oh, das ist okay. Oh. Oh. Oh, oh. So, sind echt weiche Eier, Alter. Richtig mal weiche Eier. Ja, gebrochen. Gut. Okay, gut. Erstmal, hier ist hier. Das ist dann da. Das ist dann da. Zum Beispiel. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das war was. Fodal. Fodal. Nein! Nein! Oh nein! Wir haben alles verloren. Das gibt's doch nicht. Oh nein! Jetzt schnell wieder aufrüsten. Schnell wieder aufrüsten. Schnell wieder aufrüsten. So. Jetzt gibt's richtig Ärger. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Ärger. Beste Brustplatte. Beste Brustplatte. Beste Brustplatte. Beste Brustplatte. Ups. Das war's viel. Drei davon. Wunderschöne! Ähh! Zwei! Jetzt gibt's Ärger. Äh! Zwei! 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 Schade, schade. Aber der andere ist gleich hinterhergekommen. So muss es sein. So muss es sein. Okay, gut. Gleich ein Neuhaufen. Okay, jetzt schmeiß ich auf euch. Nein, ich habe ja nicht mehr Blöcke. 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 Okay, dann kaufe ich mir gleich mal einen neuen Bogen. Hat er mir jetzt gerade das Gord dafür gegeben. Und dann geht's ab auf Red. Oh, wir sind nur noch zu drüben. Oh, das ist ja leckig. Auf jeden Fall brauche ich jetzt auch mal Blöcke. Blöcke? Boden? Ein Peil. Perfekt. So, gut. Was anderes brauche ich erstmal nicht. Ich versuche mal. Nein, nein, nein. Nein, gibt's doch nicht. Oh nein. Ja, gut gemacht von Rot. Von Rot. Ähm. Wir haben bestimmt ein Endlos-Spiel. Okay. Ich brauche dringend ein Eisenspert. Weil ohne den geht dann alles. Oh, das haben wir. Eisenspert. Oh, da haben wir's. Dann mal schnell rüstung. Das. Das. Und das. Wir brauchen noch Blöcke. Blöcke, 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 Blöcke. Okay. So. Die zwei Stacks knapp. Erreichen, denke ich mal. Und. Ähm. Ja. Wir müssen jetzt erstmal. Okay. Okay, wenn der Rote sich da jetzt gerade was kauft, dann ist es natürlich unsere Chance. Und, was macht er da? Okay, gut. Ich weiß, dass, äh, Rot auch gleich lauert. Also, dass die auch gleich kommen. Also, dass der gleich kommen wird. Denke ich mal. Na, hier nudeln. Was eigentlich ganz gut wäre, wenn in der Mitte hier ein Village ... Wow. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, jetzt schnell. So, letztes Ding. Und jetzt rennen, rennen. Fein, Bunny, rennen. Los, Bunny, rennen. Los, Bunny, rennen. Okay, perfekt. Gut. Und jetzt wird's grün abgeballert, oder wie soll man das ist. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Nein, los, nicht. Nein, los, nicht. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Komm, gut. So, jetzt holen wir uns erstmal Essen. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade mal nicht so viel gesprochen habe. Jetzt holen wir uns erstmal Essen. Wir sprenen jetzt die Butze. Wir sprenen die Butze jetzt mit 3 Tinti. Jetzt reicht's. So. Gut. Das ist nicht so Zeit, dann packen wir alles zurück. Also, wir werden nicht dafür. So, jetzt muss ich erstmal kurz vollrecken. Ähm... Yes! Geil. Stopp, 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 stopp. Nicht zu bewahren, nicht zu bewahren. Ja. Jackpot. Egal. Oh man, ich bräuchte jetzt mal ne Spitze. So, den müssen wir dann auch mal abknallen. Ja. Ja. Und, ja, ich bräuchte jetzt mal an. Ja. Und, ja. Ich hab die Schmerz voll Ich hab die Spitzhacke kurz Und die Saume gehen mal ab Ich komm nicht auf Wurde Ich bin hier zu dritt so Oh, das ist eine andere. Oh, du da, du da, du bist nicht so. Wie heißt der? Ah, Mann. Oh. Auf Rot, auf Rot, auf Rot. Jetzt wird, jetzt wird gezündet, Digga. Oh, was ist denn das für ein Weichei, Alter? Sind da zwei? Und tschüss. Und tschüss. Bo-dum-ps. Ha, mit Tamsons spaß. Das war mal der Turm, ey. So, wie, ich hab drei Gold, da kann ich noch ein bisschen springen. Oh, was weiß ich denn nicht? Hau ab, hau doch ab, du Idiot! Na, ist dein kleiner Turm kaputt? Oh, das war's. Wollen wir jetzt rutschen? Okay. Ok, gut. Ok, es ist nur noch rot. Es ist nur noch rot. Es ist nur rot. Mal auf rot jetzt. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Ich hab so einen Tee. Ich hab so einen Tee. Lernst, ein Tee, das gibt ja, ist Dollar. Oh Ja, da muss ich das machen. Oh, geil, danke. Auf Rotetze, richtig mal auf Rotetze. Das ist auch der zweite. Okay, und ich versuche mal, mich jetzt mal hier rüberzubauen kurz. Wenn ich jetzt nicht runtergeschossen werde. Okay, ich schneide hier in die Base. Oh, wie viel Gold ist das? Oh, 14 Gold, Alter. Oh, 14 Gold. Oh, jetzt kann ich den in den Start zu bringen. Ah. 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 Bonus, schnell, dahinter. Alter. Habe ich den ersten Boden wieder. Alter, jetzt geht die Puppe ab, Alter. Habe. Bogen. 11. 11. 3. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 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 6. 7. 7. 7. okay gut tut mir leid wenn die Folge etwas lang wird beziehungsweise wenn ich sie dann etwas kürzen muss aber das ist halt dann so hab ich ja ich habe kurz sie so gucken was ich da sind nehmen wir nicht eine andere 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 also wie Oh, ich bin nicht... und... Was? Viel Gold, also... Das war... Das war voll viel Gold, eigentlich Oh Gott Bester Mann, Alter Nunten Gold Ich schließe... Okay, jetzt geht's, 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 ich habe die Walnaten alle auf Rot. Ja, gut, 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 weiter, weiter. Okay, jetzt geht's, 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 geht's. Okay, jetzt geht's, geht's.